um mitten im Leben hat ein Qualifying? weiß ich gar nicht wir reden von Formel 1 ach so sag das doch was du Formel 1 meinst und nicht mitten im Leben du stehst ja schon wieder so scheiße ich bin ja dran, sag das doch du kannst eh ein bisschen nach oben weg ja genau so ja genau wieder zurück ach ich liebe dieses tolle Spiel ich liebe dieses tolle Spiel nur weil er mal in Führung liegt bei der Bahn ja wieso mal bis jetzt zweimal schon gut dreimal sogar nein das glaube ich jetzt nicht kann ich auch einmal Glück haben bei dem Kackspiel äh nein warum nichts das ist wie alles 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 als jetzt demonstriere uns doch mal wofür diese orange Fläche da ist hier mhm Ach ja, war klar, ey, ich geh gleich rei an. Du sollst dich in das Loch auf die Worte anspielen? Ich dachte, ich komm vorbei. Nein, so nicht. Wir haben es unschwer erkennen können. Genau, ins Blaue. Ach, okay, wenn man Blau berührt, ist man automatisch weg. Okay, danke für den Hinweis. Nochmal für den Hinweis. Boah, ey. Stark. Halt war nur stark. Dann, ey. Ich liebe dieses Spiel. Oh, ne Runde Billiard. Wer hat Bock? Aha. Wo ist meine Google? Runden mittig links. Oh, fuck. Thorsten? Hm, ich bin unterlegen. Das ist das Ideal vom Bildschirm. Das ist das Ideal? Hallo, wofür hat man ein Geo-Dreieck? Hä? Wofür hat man ein Geo-Dreieck? Genial. Alter, da wollte ich hin. Ja, schön. Da mummel dich woanders hin. Warst du da? Tata. Tata. Erinnert sich noch irgendjemand an Scraps? Körtlich. Die Anfänger? Sau. Ja, kenn ich. Da war doch mal ein Opernsänger während irgendeiner Folge. Er sagte die ganze Zeit. Fatal. Was war das jetzt? Von dir für eine Nummer? Ich hab keine Ahnung. Ey, da wollte ich hin. Aber spiel doch da hin. Stricher. Oh, das sieht süß aus. Ja. Wieso? Ah, okay. Alles klar. Oh, so nicht. So sollte man es nicht machen. Hm? Danke, Thorsten. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So haben wir wenigstens schon mal festgestellt. So macht man es besser nicht. So, definitiv. Hätte aber auch klappen können, die Nummer. Hm? So sieht das schon ein bisschen besser aus. David, mit wem macht man natürlich wieder alles nach? Er ist ja ein kleiner Nachmacher. Aber nur ein kleiner. Nur ein ganz kleiner. Scheiße! Bleib! 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 David, schieß ihn weg. Halt's Maul! Boah! Hehehe. Er kriegt Gefühle. So untenrum. Ja, danke, du Arsch! Ja, war doch gemein. Das war nicht schlecht, ey. Er kriegt Gefühle. So untenrum. Ich schwöre. Und tschüss. Ja, das war sehr intelligent gewesen. Jens. Ich wollte einfach mal ausprobieren, in welche Richtung der Ball rollt, wenn ich in diese Richtung gehe. Ja, scheiße. Oh, ich habe das Gefühl, wir werden da total verkacken. Halb. Wunder, wundervu. Boah, ich hätte jetzt schon fast gedacht, was für ein Glückssack. Ich war froh, dass der da weggegangen ist. Aha. Ja, genau. Sonst geht es doch, wa? Ah, schwer, aber geht. Ey, du... Alte... Boah, nicht schon wieder. Oh, oh mein Gott. Oh, jetzt fangen wir mit Michael Jackson an. Zeit, das ist drin. Das ist drin. Jo. Das war zu viel. Das war zu wenig. Oh, der reicht. Du hast aber nur mal ganz viel Schweigen gehabt. Äh... Da ist doch irgendeine Überraschung. Nein. Du darfst den Ball nicht wie gewohnt spielen, aufgrund des Feldes. Hey, du haust mich. Oh, ne, zum Loch. Sei doch froh. Das ist okay. Der war fast drin. Mhm. Boah! Warum machst du Sau-Sack-Dinnig rein? Ja, toll. Ja, toll. Ey. Unglaublich, ey. Unglaublich, unglaublich. Ich fühle mich beschissen. Der letzte Ball war gut, ey. Ich fühle mich sowas von abgelost und beschissen. Und jetzt? Jetzt kommt die Zunge raus, oder wat? So. Boim-build-build-build-build-build-build-build-build-build-cyah. Wollen wir das noch machen hier, oder? Das andere? Äh, ich würde so mal erwarten, mal so sagen. Hatten wir noch nie gehabt. Yeah, dann erstell du. Wahr soll ich heben. Mir ist das egal. Äh, du. Tralalalala, Passwort? Ja, das Standardding. So, dann geben wir mal das Ken-Word ein. Das Ken-Word ist Schell. Oh, ich hab gleich zu viele Spiele eingegeben. Okay, also zurück. Ja, dann geben wir alle raus. Können wir nicht zocken? Wir bräuchten einen vierten. Geht nicht. Wir müssen einen Gleichstand haben. Du hast minimum vier. Ich frag einfach mal. Ich frag einfach mal. Meint ihr, weiblich oder männlich? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da keine Ahnung. Dann nehm ich Passwort auch raus, ne? Spielerkarte öffnen. Gucken wir. Also ich tippe mal, das ist ne... Ne, das ist ne... Also einfach mal ohne Passwort öffnen und gucken, ob's mit reinjoint. Ja, ja, klar. So. Ja, oder sie. Ist ja egal jetzt. Äh... Hä? Sind mit drei? Ja. Okay, ähm... Kinigis hat jetzt die Möglichkeit... Zumal! Wahrscheinlich ein Begriff bekommen, was jetzt... Zwei. Jetzt. Okay. Äh, du müsstest jetzt ein... Adjektiv... Du müsstest jetzt einen Begriff haben, mit dem du jetzt, ähm... Was du uns grafisch darstellen musst... Und nicht schreiben, halt? Genau. Wenn man das mit dem Wort denn machen... Weiß ich nicht. Ja, hab ich dann schon eingegeben. Ende der Runde! Kinigis war halt. Mhm. Dafür gibt's sogar Punkte. Mhm. Cool. Also du hast jetzt zwei Minuten Zeit, den Begriff zu malen. Bei uns werden hier in dieser Zeit... Oh, scheiße. Es ist ein Nomen? Ja. Ja. Eine... ...kolle eine Blume? Nein. Nein, es ist kein Scherzartikel. Nein, es ist... Nein! Nein! 1, 2, 3, 7. 7 Buchstaben. 7 Buchstaben. Vor allem, wir kriegen jetzt auch... ...f? Ah! Zum... Ah, fuck. Stimmt, da gab es ja mal ein... ...da gab es ja mal ein Symbolfoto. Äh, wie soll ich das denn malen? Weiß ich nicht. Da gab es ja mal ein Symbolfoto, wo man... ...wo einer... ...einen Polizisten, oder... ...ob das war Polizist gewesen, weiß ich jetzt ausführlich wirklich gar nicht. Ja doch, wo sie in den USA, wo sie eben die Blume in die Waffe stecken. Ja, ich kann mich dran erinnern. Ja, ja, ja. Ja? Ja, an das musste ich mich erinnern. Ah, okay. Es ist wahrscheinlich ein Tier. Wie das aussieht. Ja, Moment. Rüssel... ...mit ner Dusche. Nein? Zirkus! Ist das cool! Wie viele Bilder hast du dann gemalt? Vier? Ja. Okay, dann tauschen wir mal an den Vieren. Vor allem, das haben wir noch nie gespielt. Also im ersten Moment hätte ich jetzt Tampon gesagt. So, nächster. Spyro. Jetzt bin ich gespannt. So.